Einen schönen guten Tag, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, ich wollte ein kurzes News-Video machen zu Super Smash Bros. für Wii U. Oder auf Wii U, je nachdem. Jedenfalls wurde angekündigt, dass es zwei neue Modis geben soll für die Wii U-Version. Und zwar zum einen ein Stage-Builder. Das ist schon mal sehr interessant. Wir bekommen nicht nur Mario Maker, sondern auch ein Stage-Builder für Super Smash Bros. Ähm, natürlich kann man jetzt keine riesigen Stages machen, aber ich bin gespannt, was man da alles mitmachen kann. Und wie viel man da einstellen kann, auch ob sich das bewegen kann, ähm, etc. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt, das zu sehen. Außerdem wurde ein Board-Game-Modus angekündigt, äh, wo, naja, es soll wohl ein bisschen wie Mario Party ablaufen. Ich kann jetzt noch nichts Genaues zu sagen, es geht es sieht aber ein bisschen in die Richtung aus, was ich schon sehr interessant finde. Ähm, denn der Classic-Builder, also Summer Smash Bros. für Nintendo 3DS, hat ja auch so ähnlich, äh, gewirkt. Also, es sah schon ein bisschen aus wie ein Spielbrett, ähm, und ich nehme an, es so ähnlich wird auch dieser neue Modus sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was man da machen wird. Und, ähm, jetzt würde mich sehr interessieren, was ihr dazu meint. Schreibt es mir in die Kommentare. Oder welche Licht wie quodlerin mausroeisät terceinenですね. Lausanne ist dass wir hier noch quá primeiro sein. Und zwar, wenn mache ich direkt in die infrastructure-L psychologically. Und wir werden nicht mal CHANGE tę danschargesarkath.